Ja, hallo und herzlich willkommen auf VoiceOverCars, eurem YouTube-Kanal, von dem ich mal behaupte, dass es keine Einbahnstraße ist, denn ich liebe den Dialog mit euch. Das heißt, schreibt mir gerne eure Meinung immer zu allem und zu jedem unten in die Kommentare rein. Lasst auch gerne ein Like da für das Video und natürlich ein Abo für den Kanal, ganz wichtig, denn ich will ja hier wachsen. Und ab dem 1.6., ich sag's schon mal, da wird sich hier einiges ändern. Aber bis dahin machen wir erstmal ganz normal weiter. Ich bin auf der Webseite vom Skoda. Skoda, sprich mir wirklich so. Haben die mir beigebracht in Tschechien, im Werk, haben sie gesagt, nein, Jens, du darfst nicht mehr Skoda sagen, du musst Skoda sagen. Und warum bin ich hier? Ich möchte euch ein Fahrzeug konfigurieren und zwar den Skoda Superb als Kombi. Da wird Kombi noch mit C geschrieben, make Kombi great again, denn da gibt's ab heute was ganz Neues. Und da dachte ich, da sprechen wir mal gemeinsam drüber. Skoda Superb Kombi gibt es ab der Ausstattungslinie Selection auch als Hybrid. Vorher gibt's das nicht, also vorher Essenz, ab 39.580 Euro, ab 42.850 Euro gibt's den als Hybrid. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, genau, Selection. Ah, guck mal, ist hier sogar schon ausgewählt, der Hybrid. Das ist ja spannend. Aber wir können hier noch die Modellauswahl machen. Ah, nee, jetzt sind wir wieder zurück. Das wollten wir nicht. Also Skoda Kombi, superb. Als Selection, richtig. Da wollen wir hin. Ah, guck. Ja gut, mit der Farbe komme ich persönlich nicht klar. Guck mal hier, so ein schönes Blau. Gibt's ganz kostenlos obendrauf. Wenn ich's in Metallic haben will, 690 Euro, ist vielleicht ein Ticken schöner, ne? Ladeanschluss vorne links. Ist nicht ganz so geil für innerstädtische AC-Lademöglichkeiten. Aber für die heimische Wallbox sicherlich eine ganz gute Positionierung. Wobei, eigentlich auch nicht. Muss man immer die Tür aufmachen und zu. Für die heimische Wallbox in der Garage wäre hier wahrscheinlich besser der Doof. Aber der kann auch schnell laden. So richtig schnell nicht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber der kann 40 kW. Und das heißt, 10 auf 80 Prozent entweder in, weiß weiß ich, 25 Minuten oder halt in zweieinhalb Stunden an der 11 kW Wallbox. Und der hat ja jetzt den 25,7 Kilowattstunden Akku. Das heißt, rein rechnerisch 134 Kilometer, rein elektrisch, ich sag mal so 100 Kilometer, müsste man eigentlich schaffen. Deswegen haben wir hier auch so einen lustigen Fabelwert von 0,4 Liter. Ihr seht es hier so ein bisschen noch, ne? 0,4 Liter sagen sie auf 100 Kilometer, weil da gelten natürlich die ersten 100 Kilometer, ne? So, schwarz gibt es noch. Grau? Ne, graue Haare habe ich selber. Ja, das sehe ich auch eher nicht. Rot. Rot ist auch ganz schick eigentlich, ne? Aber wir... Ah, ich würde das Metallic Blau nehmen, glaube ich. Ja, ein bisschen aufpreisen natürlich. Jetzt sind wir schon mal bei 52.040 Euro. Wir gehen weiter. Gewünschten Räder. 17 Zoll ist seriemäßig bei der Selection dabei. Optional gibt es 18 Zoll auch als Aero Rad. 19 Zoll gibt es auch als Aero Rad. Oder man kann hier sagen, ich nehme mir so schönes Mehrspeichendesignrad auch in 19 Zoll. Ist immer die Frage, was man so will, ne? Also rein optisch gefallen mir die 19 Zoller sicherlich besser. Ich sage es aber auch, wie es ist. Reifen wird schmaler, ja? Und dementsprechend wird es ein bisschen unkomfortabler. Ja, das Auge fährt mit, ne? Ich bin da echt... Boah! Also Preisunterschied sind 1120 Euro. Ich bin tatsächlich bei den 19 Zollern, wobei da auch später die Reifen natürlich ins Geld gehen, ne? Aber, ja, wie gesagt, Auge fährt auch ein bisschen mit. Bei der Innenausstattung, da bin ich relativ pflegeleicht. Ich nehme einfach hier Stoffausstattung grau. Das finde ich okay. Dachhimmel auch in grau. Ja, so wird es genommen, ne? So wird es genommen. Also gehen wir weiter. Und bei den Motoren hatte ich schon gesagt, ich nehme nicht den Mild Hybrid, auch nicht den TDI jetzt in dem Fall, sondern in dem Fall nehme ich tatsächlich, weil wir gehen jetzt mal davon aus, wir könnten zu Hause laden und wir haben gar nicht so viele alltägliche Pendelstrecken, da würde ich jetzt den Plug-in-Hybriden nehmen mit dem 6-Gang-Doppel-Kupplungsgetriebe angetrieben. Hier übrigens ausschließlich die Vorderachse, 150 kW-Systemleistung, das heißt 204 PS. Und wir können nochmal in die technischen Daten schauen, ob ich irgendwas hier vergessen habe. Also 0,4 Liter auf 100 Kilometer ist der WLTP-Fraubrauch, was Sprit betrifft, 19,7 Kilowattstunden Batterie netto. Brutto sind es ein bisschen mehr. Und dann, wie gesagt, Plug-in-Hybrid. Wir haben 45 Liter Kraftstoffbehälter noch dabei. Jetzt gut, Verdichtung und so weiter interessiert uns nicht. 1,5 Liter Motor. Außenabmessungen habe ich euch schon mal, nee, habe ich noch gar nicht, aber 4,90 Meter ist er lang. 1,85 Meter breit ohne Außenspiegel, 1,52 Meter hoch. 2,83 Meter bzw. 2,84 Meter ist der Radstand, Wendekreis 11,1 Meter. Kofferraumvolumen 510 Liter bis maximal 1770 Liter. Und der ganz normale Benzinmotor hatte halt 110 kW, 250 Newtonmeter, eine Höchstgeschwindigkeit von 220 kmh. Von 0 auf 108,1 und die Systemleistung wird halt angegeben mit 150 kW. Was haben wir noch? Eine zusätzliche Anhängelast von 750 kg ungebremst, 1,8 Tonnen gebremst bei 12% und eine Stützlast von 90 kg. Nefzverbrauch brauchen wir nicht mehr. So, hier haben wir den richtigen relevanten Wert. 5,2 bis 5,6 Liter WLTP-Verbrauch, wenn der Akku nicht voll ist. Kombinierter Stromverbrauch 15,8 bis 16,9 Kilowattstunden. Verbrauch in der Innenstadt ist natürlich bei dem Fahrzeug ein bisschen höher, auch wenn er rekuperieren kann. Aber wenn wir ihn fahren ohne Strom, 6,7 bis 7,2 Liter. Das hier ist aber der interessantere Wert für mich jetzt auf der Landstraße. 4,5 bis 4,9 bzw. 5,4 bis 5,8 Liter auf der Autobahn. Dann aber natürlich bei gemäßigtem Tempo, sage ich mal ganz vorsichtig. Elektrische Reichweite wird angegeben mit 122 bis 134 kmh. Ist natürlich abhängig von der gewählten Ausstattung und natürlich auch von der gewählten Fahrweise. Gut, wir gehen weiter rein. Können wir noch irgendwas auswählen? Was können wir denn noch machen? Ach, guck mal, da sehen wir alles noch was. Also Anhängerkupplung, klar, will ich haben. Gepäcknetz brauche ich persönlich nicht. Was haben wir hier? Ausstattungspaket Winter. Beheiztes Lederlenkrad, drahtlos beheizbare Windschutzscheibe. Da habe ich immer das Problem, ich sehe meistens die Drähte. Ich habe da blöde Augen, aber beheizbare vordere und äußere Rücksitze und das beheizbare Lederlenkrad hat schon dafür gesorgt, dass ich da drauf drücke. Dann haben wir hier das Fahrerassistenz Plus Paket mit dem ACC. Trainiertes Parken, intelligenter Parkassistent. Die muss man ja haben. Ich sage es, wie es ist. Muss man haben. Was haben wir hier noch? Noch ein Ausstellungspaket. Licht und Sicht, Matrix, LED-Scheibenwärter. Bin ich ein ganz, ganz großer Freund. Ich fahre momentan viel bei Dunkelheit, viel nachts. Ganz, ganz großer Freund davon. Mehr Licht, gleich mehr Sicht, gleich mehr Sicherheit. LED-Rückleuchten. Ja gut. Dynamischer Fernlichtassistent. 1.790 Euro ist mir da meine Sicherheit das wert, weil mit dem Alter kriegt man schlechtere Augen. Da braucht man ein besseres Licht. So. Wie sieht es denn sonst noch aus? Infotainment. Ja gut, Infotainment brauchen wir auch. Head-Up-Display bin ich auch ein großer Freund von Navigationssystemen. Ja, 1.450 Euro, ne? So. Variante 1, Variante 2. CarConnect. Ja, nehmen wir mal. Brauchen wir ja, ne? Später dann monatliche Rate auf Preis. Übernehmen. So, was haben wir noch? Das haben wir. Das haben wir. Ganz ehrlich, elektrische Heckklappe brauche ich nicht. Cassie. Boah. Ey. Da würde ich jetzt sparen. Sonnenschutzrollo hinten. 490 Euro. Ist mir persönlich ein bisschen zu teuer. Die Schlafkopfstößen, die sind richtig geil. Seitenairbags vorne sowie Center. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt hier für die Seitenairbags vorne und für den Centerairbags extra Geld bezahlen muss. Das sollte meiner Meinung nach bei so einem Fahrzeug serienmäßig sein. Also die Sonnenschutzrollo könnte ich darauf verzichten. Ich würde eher getönte Scheiben hinten nehmen. Ausstattungspaket. Chrom will ich nicht haben. Drive Plus möchte ich das haben. Adaptives Fahrwerk. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Die Skoda-Fahrwerke sind eigentlich immer ganz gut. Seitenairbags vorne und hinten sowie Centerairbags kriege ich auch nochmal ohne das Ding. Aber für 320 Euro. Kanton Soundsystem. Das brauche ich auf alle Fälle. Ich brauche auf alle Fälle ein Kanton Soundsystem. Ja, da haben wir es, ne? Ne, Espresso-Maschine brauche ich nicht. Ja. War am besten. Ich dachte immer, das gibt man so als Werbegeschenk dabei, aber scheinbar nicht. Muss man sich also auch dazu kaufen. Genau wie Verbandstasche, ne? Für Eltern ist das Ding hier ein Game-Changer. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist richtig geil. Klingt komisch, ist aber super. Ihr habt mit dem Blick in den Innspiegel, könnt ihr komplett gucken, was auf der Rückseitbank abgeht. Brauche ich jetzt nicht mehr. Halten wir aber in unseren Fahrzeugen. Beziehungsweise ich habe so einen größeren Innspiegel gehabt, wo ich das sehen konnte. Das ist ein tolles Ding. Also das ist wirklich, klingt jetzt komisch, 1A. Fahrradträger brauche ich nicht, Dachbox brauche ich auch nicht. Ich hätte gerne noch so eine Koffer-Rom-Wendematte eigentlich, aber gut, gibt es hier nicht. Adapter, Stecker, Kabel brauche ich nicht. Ja, sind wir doch durch, ne? Preis 59.640 Euro und eine monatliche Rate von 607 Euro. Das wäre mein Auto. Da sehen wir ihn nochmal. Mit 19 Zöller, schön im Blau. Dann zahle ich 60.000 Euro, habe für den Alltag ein Elektroauto und habe für die Wochenenden, wo ich ein bisschen mehr brauche, halt den Benziner an Bord. Ausreichend Leistung. Atlantik Blau Metallic, 19 Zöller. Schöne Innenausstattung, wie ich finde. Klar, mehr geht immer. Ja, jetzt muss ich quasi nur noch mein Büro kündigen und dann kann ich mir doch auch die 607 Euro monatliche Rate leisten. Die Frage aber jetzt an euch. Was fehlt euch noch? Oder sagt ihr, Mensch, Jens, jetzt kommt mir zu nochmal wirklich auf. Also die Zeiten sind jetzt wirklich vorbei, Plug-in Hybrid. Spar dir das, fahr rein elektrisch. Aber so könnte ich wirklich den Alltag in der Woche komplett rein elektrisch machen. Meine Frau auch. Und am Wochenende, wenn man halt da wirklich mal 600, 700 Kilometer fahren, müssen wir halt nicht laden. Hat Vorteile. Aber schreibt es mir, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Also so würde ich mir den Skoda Superb Kombi Selection EV konfigurieren. Und ich bin gerade positiv überrascht, dass ich von dem Basispreis von 52.000, normalerweise, früher war immer so direkt 20 Prozent mehr, sind wir knapp dran. Aber 59.640 Euro und ich finde eine vollumfängliche Ausstattung. Aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Denn ihr wisst es, wo es aber KS ist und bleibt keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch. Und deswegen eure Meinung zum Skoda Superb Kombi EV. Denn EV gibt es übrigens nur ausschließlich beim Kombi. Den gibt es nicht bei der Limousine. Und wie gesagt, Selection ist Mindestausstattungslinie. Aber die sehe ich eh schon als gesetzt, denn so ein bisschen will man ja auch was haben. Günstiger geht auch noch. Also klar, ich habe ja ein paar Sachen gewählt, die kann man weglassen. Aber ich sage mal so roundabout 60.000 Euro. Muss man also investieren für einen guten Skoda Superb Kombi. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr schreibt. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, euer Jens. Ciao.